Heute ist die Stunde der Wahrheit. Ein Geheimnis wird gelüftet, das die Öffentlichkeit beschäftigt, seit drei Jahren auch die Presse beschäftigt. Nach den Koalitionsverhandlungen, was war es eigentlich? Eine Liebesheirat oder ein Zweckbündnis? Und wenn es eine Liebesheirat war, wie geht es Ihnen heute? Und ich sage ganz einfach, wundervoll. Uns geht es wundervoll. Und weil das sprachlich nur trocken rüberkommt, singe ich jetzt ein Lied. Edith, für dich. Ein Lied für Edith. Mr. Eric Clapton, für Edith. Wonderful Tonight To Edith Laubest du She's wondering for clothes to wear She puts on a makeup And brushes her long blonde hair And then she asks me Do I look alright I say my darling You look wonderful Tonight We go to a point to you And everyone turns to see This beautiful lady This beautiful lady This beautiful lady Is walking around with me Is walking around with me And then she asks me Do you feel alright I say my darling I feel wonderful I feel wonderful I feel wonderful And I feel wonderful Because I see the love light In your eyes And the wonder Of it all Is that you just don't know How much I love you It's time to go home now Was? And I've got an ancient name So I give her the car key She helps me to bend And then I turn And I turn As I turn out of life I say my darling You look wonderful For me I said my darling You look wonderful You look wonderful For me To me And I give her the car key Ich bin ein Mensch und meine Frau, ich bin ein Mensch und ich bin ein Mensch, ich bin ein Mensch. Vielen Dank.